Mein Name ist Stefan Kipka, bin 40 Jahre alt, gelernter Landwirtschaftsmeister, bewirtschaftet den Betrieb in Handrup im südlichen Ämstern zusammen mit meinem Bruder. Unsere Schwerpunkte sind Schweinerhaltung, Ackerbau, Energieproduktion und unter anderem Händchenmast. Händchenmast ist der Schwerpunkt, mit dem ich mich täglich beschäftige. Die OG-Partner sind Monitor Fisch aus Berlin, zuständig für den technischen Part, für die KI, für die Rechenleitungen und Algorithmen. Die Hochschule Osnabrück als wissenschaftlicher Partner und das Institut Querfeld als Koordinator und Abwicklung für die Projekte. Durch AniWeb erhoffen wir uns eine Erhöhung des Tierwohls, eine Reduzierung des Medikamenteneinsatzes und eine Steigerung der Effizienz der Nutzung von Ressourcen. Hier haben wir die Möglichkeit, unabhängig eines wirtschaftlichen Betriebes solche Forschungsprojekte praxisnah auszuprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017